Ein Statement zum Anfang der Reise. Jetzt nach endlich einer Woche sind wir auch am Startpunkt angekommen, in Lissabon, in Kabel der Roca. Heute geht es richtig los in Richtung Osten, Richtung Wadiwostok. Etwas angespannt, weil noch so vieles Unbekannte vor uns liegt, aber es ist auch ein Abenteuer, deswegen freuen wir uns drauf. Opa, das ist nur für dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017